Am 26. Mai habt ihr die Grünen zur stärksten Kraft in Trier gemacht. Herzlichen Dank dafür. Das ist ein Riesenvertrauensvorschuss. Wir haben uns unglaublich über eure Stimmen gefreut. Jetzt am Sonntag ist noch einmal Wahl und ich bitte euch herzlich, rafft euch noch einmal auf, geht zur Wahl, sorgt dafür, dass Demokratie lebendig ist und beteiligt euch erneut. Wählt bei den Ortsvorsteherwahlen noch einmal die Grünen. Wählt Nicole Hellwig in Trier Süd, Michael Düro in Trier Mitte, Dirk Löwe in Trier Nord und Ole Seidel in Trier Kührens. Geht zur Wahl für ein soziales, weltoffenes und ökologisches Trier. Dirk Löwe. Dirk Löwe. Dirk Löwe. Dirk Möse. Dirk Möse. Untertitelung des ZDF, 2020